Heute letzten Tag in Miami. Wir gehen jetzt gerade an Flug nach Fort Lauderdale. Dann geht's ab, Richtung New Orleans. Hallo zusammen, wir sind jetzt hier in New Orleans. Wir haben jetzt einen einkauft und einen Grilladen. Dann feiern wir hier den Independence Day. Gleichzeitig machen wir meinen Geburtstag noch kurz, wenn dann nicht alle schon schlafen. Ich würde sagen, das wäre das von mir sein. Auf Wiedersehen, aufs nächste Mal. Oh. Oh. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Die von New Orleans, würde ich sagen. Also, tschüss zusammen.